hallo und herzlich willkommen zurück zu hidden deep okay das läuft ja doch soweit mal ganz gut okay hier gibt's blaue kristalle nice ja und du wir haben doch jetzt alles eingeschaltet müssen wir jetzt da in überfluteten bereich wahrscheinlich der wird jetzt nicht mehr überflutet sein vermute ich na nee wir müssen noch eins höher aha hier war doch alles überflutet wie kann denn das sein tschüss tschau wie immer kein strom oi 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 was ist denn hier los ey finde den kontrollraum spitze was soll ich machen schwinge dich am seil drücke dann space und nicht zu lösen ist klar anschließend w und d gedrückt halten ach du scheiße aha was macht er jetzt mensch murphy murphy was soll denn der scheiß dreck sse jetzt oh gott es geht auch noch schächte was es nicht alles gibt auch nett vom Spiel, danke Munitionsgeil, erstmal Munition holen, dann lesen was oh Gott okay, warum hat der Aufzug keinen Strom oder was ja doch, der hat auch Strom ach, da unten muss ich irgendwas anmachen, okay so, gucken wir mal, wo ist denn der Plasmabrenner den haben wir nicht noch gar kein Plasmaschneider wir müssen erstmal einen Plasmaschneider finden behaupte ich ähm, da ist der Plasmaschneider und da ist noch Muni und da ist noch ein dummes Nest okay 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 Na schön, dass man die auch noch zerlegen kann, bevor die tatsächlich da rauskommen. Jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir da irgendwie hoch? Na jo. Ui. Taz an. Komm, gib alles Taz an. Boah. Okay, Massaker. Ist das so ein Ding, was aus dem Boden kommt? Ach, das ist ne Leiche. Okay. Ah, ne Kurbel. Nice. Die haben wir gebraucht. Danke Murphy. Schön, dass du dich immer hinkniest. Muss da ja nicht. Hahaha. Jo, Ballerei. So, Plasmaschneider. Dankeschön. Ist das cool gemacht. Auch mit dem Rauch. Echt nice. Ich mag die Spiele machen. Die haben es echt drauf. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben jetzt 60% Leben. Ich lass mich mal kurz in den Einstellern gucken. Steuerung. Seil befestigen. Seil befestigen. Bombe platzieren. Signalempfänger. Nachladen. Granate. Ach, Verbandskasten. Ist neun. Lass doch mal jemand sagen. Mega. Boah. Ey, jetzt verteilen sich die da auch noch. Hat er einen Schaden gemacht? Nee. Oh, das war auch knapp. Oh Gott. Steuerung Tor 6. Das öffnen wir mal. Brauchen wir bestimmt später. So. Jo. Kennen wir ja schon. Dann begeben wir uns mal zu Sektor 7, ma. Aber mit Muni sparen sie in dem Spiel nicht, ne? lên die Schaden. the Schaden. Reinhard steckern. Hum. Und. So. Und. 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 Oh, was ist da los? Mine. Okay. Ah, ne. Wir brauchen wieder meine Schlüssel. Lass mich raten, den gibt's bestimmt hier irgendwo. Na, das war ja klar. Es war ja wieder... Der Schuss dahinten war ein Glücksschuss, gell? Nein, Murphy kann das. Murphy ist Profi. Nein, Murphy, was machst du denn? Ach, Murphy. Manchmal bin ich doch ein bisschen enttäuscht von dir. Okay. Oh. Oh. Oh, ich bin doch nicht enttäuscht. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Oh, die Zappelküche. So, Midi-Kasten. So, nachladen, den Freund. Gehen wir mal erstmal da hoch, oder? Boah, was für eine ätzende Höhle hier. Boah, was für eine ätzende Höhle. Oh, die kleinen Scheißerchen, die wollen uns hier ärgern. Haha. So, das habt ihr nun davon. Da treffe ich nur die Ecke, verdammt. Das ist ein witzes Ding. So, das ist ein witzes Ding. Boah, da geht es dann noch weiter runter. Wollen wir erstmal oben gucken? Ja, wir gucken erstmal oben, oder? Schon wieder eine Leiche. Ah, Schlüssel. Nice. Dann ist unten bestimmt nichts mehr. Wir gucken aber trotzdem. Nee, Murphy, komm. Nicht immer nur rumkrabbeln. Ah ja, ihr wusstet, Sackgasse. Nice. Dann, würde ich sagen, machen wir uns auch zur Tür, wa? Okay. Das ist toll. Doe ich direkt nicht? Ja. Ich weiß. Und schwupps, nein, den Schlüssel. Oh, super. Ich mach mal beide aus. Vermutlich muss man beide drehen. Hoffe ich. Jetzt haben wir eins aufgedreht. Wie viel Schuss haben wir noch? 84. Okay, dann nehmen wir mal hier die Knarre. Da haben wir noch 250. Wir haben es geschafft. Drei Besatzungsverluste, aber abgeschlossen. Tja. Mit diesen Worten bedanke ich mich natürlich wieder bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir weiterhin gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018